Soll ich den da tanken, wo er jetzt steht? Ja, tanken da, wo er da steht. Drehen um. Genau, drehen um zur rechten Statue oder was. Ist der Makro das? Makro funktioniert mit dem Pull Makro. Ach so, doch funktioniert wunderbar. Ja, wollte ich grad sagen. Also ich hatte Pull Makro. Da schon die erste Kugel? Abgeschaut. Jetzt wollte ich. Da ist die nächste Kugel. Weg von der Kugel. Beteil dich! Nicht neben zusammen kuscheln. War und? Von der Wurf gleich? Bin schon geworfen. Mach mal, okay. Ja, ich bin wieder da. Ja. Muss dann spotten gleich. Ja, spottet. Genau, jetzt müssten eigentlich, müsste es nur zur Pfütze ziehen und die Willis sollen sich nämlich in Pfütze reinstellen. Dass er mit dem Rücken zum Pfütze steht. Und? Copy? Ja. Ja, ich hab auch selbe Artikel. Auch so. Boah, hier übel sind lecks bei ich, ne? Ja, extrem schlecht. Was? What the fuck? Hat jemand einen Timer für das Gewitter? Äh, in 10 Sekunden oder in weniger einen. Bei mir in zwei. Das Gewitter ist in zwei. Raus. Genau, jetzt ist in der Mitte gehüpft. Geht auf die Freizeite. In der Pfütze. Ich zünd meine Trank. Kuschelt. Komm zusammen. Verteilen wir da. Genau, jetzt wird der nicht mehr da drin stehen. Nein, nein, nicht reinstellen. Gut. Jetzt ist blitzt so komisch. Jetzt kriegt man Schaden da drin. Ja. Oh, schon wieder. Jetzt müssen wir auf die neue Pfütze warten. Jetzt warten wir auf die neue Pfütze und machen dasselbe Spiel nochmal. Richtig. Ist immer das gleiche. Anscheinend wurden bis jetzt noch kein Melee von der Kugel zu holen, oder? Beim nächsten deinen Trank, Claudio. Wenn er in die Mitte kommt und castet. Ja. Okay, genau. Jetzt wieder reinstellen. Und. Achtung Kugel. Nächster Stundzeug ein 15. Mh, ja. Ja, das ist... Sieg mal da. Flex. Wir gehen dann zum Heilbrunnen in der Richtung. Leibniz du am Komplenzen? 3-2. Vielleicht, dass ihr den Debuff nicht habt, ne? Vielleicht hier zusammen zwischen den Pfützen. Hey, du hast den Debuff. Kannst du aufpassen. Trank ist durch. Anscheinend ist der Effekt größer als das, wenn man sieht am Boden. Das wäre die Weak Aura. Ja, ich würde so sagen. Die krasse Weak Aura, ne? Und? Die Befleister. So wollte eigentlich nicht gemacht werden. Hohelang, dass der im Kreis ist. Weil dann gegebenenlücklich passiert, dass man die Debuff nicht... Achtung, Blitz. ...dammstorm. Wettgeworfen. Ach, der ist ja schon down. Ja. Papa Tereza. Du kannst räumlich roten. Ja, der Kugze. Vielleicht mal irgendwann potten soll, ne? Ich hab nur 8 Sekunden lieber. Ja, passt. Geht sie nicht ganz genau aus. Ja, der Boss ist gut. Oh, easy shit. Aber schnell, ey, man. Diese Panarine, ey. Nerven. Sofort. Legendary. Sofort nerven, ja. Das geht ja mal gar nicht. Was? Ist das gar kein Bonus wohl mehr? Doch? Doch, mit neuen Markenkolbens. Aber die gibt's beim gleichen Händler. Ach so. Okay, okay, okay. Beim gleichen Händler. Krass, wie viel ich heile. Wow. Nice, man kriegt mal. Voller Bonus. Tito. Wetter wird's gefällt mir, ja? So. Ich verstehe gar nicht, was die alle gegen dir sitzen. Ist doch gar nicht so schlimm. Quick, bist du ganz oben? Weil mich steht da UNLOAN. Kann nicht sein, dass du oben bist. Was? Nee. Besuch.